Ja, was macht so ein Bauer eigentlich gerne? Mist, Forkel, Gülle fahren und trinken. Was macht so ein Käse eigentlich? Riechen, rühren und rüffeln. Also bei uns geht es hier um Bullshit und Käse. Das ist einfach ein geiler Podcast vom Bauernhof für euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bullshit und Käse mit Thilo und Jasper Metzger-Petersen. Heute ohne Jasper. Genau, nur mit Thilo und Tore. Ich bin auch dabei. Schön, dass du da bist. Wir zwei in einem Frontalgespräch sozusagen. Das hat einen Grund. Denn ja, wir wollen heute auch weiterhin lustig sein, aber es gibt einen doch ernsten Hintergrund. Wir sprechen miteinander, weil eine weitere Ausgabe ansteht, aber auch, weil es eine Ankündigung deinerseits, eurerseits gibt. Es gab schon einige Gerüchte in den letzten Wochen, Monaten, was die Hofküche angeht. Jetzt gibt es Klarheit. Du hast dich schon mit einem Social-Media-Statement an die Backensholz-Fans gerichtet. Du hast auch ein Schreiben an Unternehmen rausgeschickt. Und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Thilo, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Und ich versuche nicht zu sehr, Markus Lanz zu sein. Aber Thilo, was ist hier eigentlich los? Das ist hier schon mal nicht gelungen. Ja, was ist hier los? Also es ist natürlich gar nicht so witzig, wie das so rüberkommt. Vor allen Dingen ist es ein ganz langer Entscheidungsprozess gewesen. Wir werden Ende August, also 31.8. ist so unser Stichtag, werden wir mit unserem Allacart-Geschäft aufhören. Also es gibt keine Abendküche mehr. Und es gibt im Prinzip auch die Mittagsküche so, wie wir sie jetzt kennen. Also in einem Vollservice, komplett bedient, mit Allacart, Rinderleber, sonst was. Gibt es dann auch nicht mehr. Anstattdessen werden wir zu gegebener Zeit, das ist noch zu definieren, uns vor allen Dingen auf Events konzentrieren. Also so eigene, organisierte Events, sowas wie der Käseabend. Habt ihr ja eh schon. Genau, haben wir eh schon. Das ein bisschen ausbauen. Da gibt es mit sicher noch andere tolle Ideen und Eventreihen, die man in eine gewisse Kontinuität überführen kann. Und dann sind wir natürlich auch offen für externe Events, also Anfragen von Firmen oder sonst wem. Auch das müssen wir nochmal besser definieren. Und dann werden wir auch nicht sofort, nicht im September sofort, aber eine Mittagsküche anbieten, die wir an die Hofladenzeiten koppeln. Und da eher auf ein Selbstbedienungskonzept gehen. Und da wird es dann so, also es soll nicht an Qualität verlieren. Das ist mir immer wichtig, das auch explizit zu sagen. Wir wollen natürlich eine gute Küche und das, was Backensholz ist, gute Lebensmittel, wollen wir weiterhin rausbringen. Aber trotzdem werden die Gerichte ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen. Also ich denke so an so ein Grilled Cheese Sandwich, zwei Scheiben Sauerteigbrot, Kimchi, irgendein Mayo und dann hammer viel Käse, kurz ein Kontaktgrill. Wenn die Zutaten geil sind, ist das das beste Sandwich, was man findet. Vielleicht ein Schöpfgericht, so ein Salat im Glas oder sowas. Aber im Prinzip ist es, ja, marketingtechnisch verkaufe ich es natürlich als Weiterentwicklung. Hattest du auch gesagt, Nito, das ist ja eine Weiterentwicklung des ganzen Konzeptes. So macht man das nach außen hin. Wir wollen aber auch mal ein bisschen sprechen über die internen Gründe möglicherweise, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Und ich rege jetzt schon mal an, wenn wir unseren Podcast machen, wenn es soweit ist, dass wir besagtes Grilled Cheese Sandwich hier auch haben. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Wie ist es soweit gekommen, dass ihr jetzt diesen Entschluss getroffen habt? Und seit wann habt ihr auch schon diese Überlegungen? Ich erinnere mich an Events hier zurück, wo aufwändiges Kamerateam hier war, alle Leute eingeladen worden sind, um mal richtig Gas zu geben. Das ist ein halbes Jahr her, ungefähr. Und jetzt diese Entscheidung. Kam das von heute auf morgen? Ist das schon länger geplant? Also das, was passieren muss, das ist schon länger offensichtlich. Das ist ja auch meine Aufgabe als Unternehmer, im Prinzip permanent zu gucken, wo wir stehen. Natürlich muss man auch die Historie der Hofküche sehen. Wir haben 2019 aufgemacht, April, so zwei Jahre Corona. Das war sehr nachteilhaft. Dann ein Jahr Krieg und alles, was dazugehört. Und das an dem Standort, an dem wir sind. Und das ist im Prinzip mir, also das kann, das war sehr schwer, da ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Auch wirtschaftlicher Natur, das kann man sich, glaube ich, auch, das kann man sich überlegen. Vor allem mit dem Qualitätsanspruch, den wir auch haben. Und wir haben hier wirklich eine ganz tolle Küche etabliert, die meiner Meinung nach auch im Umkreis nicht so oft so gefunden wird. Hat mir schon oft thematisiert. Das sage ich einfach mal ganz selbstbewusst. Viele andere Gastronomie ist, ja, vielleicht ein bisschen mehr auf den Touristen ausgelegt oder auf Frequenz. Wir haben uns wirklich natürlich aufgrund des Standorts auch sehr auf Qualität fokussiert, um herauszustechen. Das kostet aber auch viel Geld, das zu machen. Und am Ende wurde natürlich jedes Jahr mal ein bisschen nachjustiert und gesagt, Mensch, wo müssen wir, wie kriegen wir die Leute hier hin? Wie werden wir bekannter? Was müssen wir, was müssen wir, anfangs gab es noch Burger, dann gab es das, dann gab es das. Wir haben ja doch schon viel ausprobiert und haben aber wirklich so das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre so unseren Weg gefunden mit so einer sehr, ja, sehr, sehr feinen Küche. Das hat dann viele Gründe, warum ich letzten Endes gesagt habe oder ich sage mal und die Familie natürlich auch, dass ich nicht mehr möchte. Und das muss man auch dazu sagen, also es ist nicht nur eine Sache, zu sagen, ja, ich will, sondern ich persönlich möchte auch nicht mehr einige Sachen, weil, also zum einen ist es wirtschaftlich schwierig, so, das kann ich ja einfach mal so stehen lassen, das hier so zu betreiben und im Allerkart-Geschäft, ja, dann hat man fünf Tische, das ist super am Mittwoch, aber wir brauchen zehn. So, die haben wir Freitag, Samstag, aber das ist mein ganzes Jahr, so und das ist, das wird gefühlt immer schwerer momentan. Wir haben einfach auch eine wirtschaftliche, schwere Zeit, also viele, viele, viele Unternehmen momentan, würde ich, würde ich sagen. Ist richtig, doch, wenn man mal in Restaurants blickt, die sind alle Proppe voll. Ich bin immer wieder überrascht, auch bei den Preisen. Mittlerweile kostet ein Grieche ja fast genauso viel wie ihr hier und der ist brechend voll. Schlimm genug, ja. Ich weiß, aber das scheint den Konsumenten doch irgendwie nicht zu stören. Jeder meckert drüber, aber sie kommt trotzdem. Das ist auch so, also ich glaube, dass der Standort hier der größte Nachteil ist. Das ist ja aber auch bekannt gewesen, schon damals, vor vier Jahren. Ja, das ist bekannt gewesen, aber ich leide ja auch an... Größenwahn? Größenwahn. Nein, aber... Ne, absolut, ich bin ja mit einem gesunden Selbstvertrauen ausgestattet, um zu sagen, ich schaffe das. Aber jetzt offensichtlich sagst du, na, wir schaffen es doch nicht mehr. Nein, ich habe mich verkalkuliert. Das kann ich auch ganz klar so sagen. Ich habe das falsch eingeschätzt. Mit Sicherheit war die Zeit gegen mich. Ja, keine Frage. Aber das würde ich jetzt auch nicht als alleinige Ausrede stehen lassen. Ich habe natürlich auch eine gewisse Unerfahrenheit in der Gastronomie, auf jeden Fall. Ich habe auch dadurch mit Sicherheit einige Sachen anders gemacht, die auch vorteilhaft sein können. Aber grundsätzlich habe ich entgegen vieler Ratschläge gehandelt. Also natürlich gibt es da auch Leute im Hintergrund, die mich beraten haben und die gesagt haben, lass das. Also das funktioniert nicht. Aber am Ende war dieser Prozess dann, ich musste das machen. Ich wollte gerne unserem Hof und der Region wirklich einen kulinarischen Mehrwert schenken. Und ich selber gehe sehr gerne essen. Ich gehe sehr gerne auch gut essen. Was nicht heißt, dass ich immer förmlich bedient werden muss und dass es einen Sternbrauch darum geht. Ich rede gar nicht, sondern gute Speisen. Und das kann ich, das finde ich verhältnismäßig schwierig manchmal, dass ich was mitnehme und sage, oh, das war schön. Also so ein Twist im Gericht findet man fast gar nicht mehr, weil alle die gleiche Soße machen. Ich finde es Zeug von Größe, hier offen zu sagen, nein, ich habe mich da verkalkuliert. Ich habe nicht auf die externen Stimmen gehört, die viel mehr Erfahrung haben in diesem Bereich. Und ich gestehe es jetzt ein und ich beende es jetzt. Es ist ja nicht komplett beendet, aber dennoch schon nach vier Jahren. Zwei, drei Jahre Corona, Kriegsjahr, das haben wir, Krieg haben wir nicht hinter uns, Corona schon. Wir blicken sicherlich auch an der Rezession entgegen, aber man könnte ja denken, die schlimmste Zeit ist eigentlich vorbei. Jetzt probiere ich das nochmal ein Jahr. Ja, das stimmt. Am Ende, gut, bin ich in der Zwischenzeit zweifacher Vater geworden. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ich habe eine Familie gegründet. Und dann sind die Herausforderungen im Gesamtbetrieb sind massiv gestiegen. Und im Prinzip habe ich es versucht, die letzten vier Jahre zwei Vollzeitjobs parallel zu machen. Das habe ich mit Sicherheit, das habe ich auch teilweise hingekriegt. Aber man schafft es, man schafft nicht beiden Betrieben so gerecht zu werden, wie ich es gerne. Oder wie die Betriebe es auch verdient haben. Und das im laufenden Betrieb zu erst mal überhaupt zu reflektieren, ist verhältnismäßig schwierig. Wenn dann dazu kommt, dass man sich vielleicht auch in seiner eigenen Haut nicht mehr so wohl fühlt. Was mir auch natürlich immer mal passiert ist, dass ich sagte, boah ey, nur noch helldunkel, nur noch wühlen. So, wo bleibt der, warum? Dann bleibt der Erfolg aus. Dann auf einmal, so haben wir natürlich als hochpreisiger Biobetrieb mit unserem Käse auch einen wesentlich schwereren Stand, als wir das vor zwei, drei, vier Jahren hatten. Das heißt, da muss natürlich auch was passieren. Also der Fokus. Ist das so? Das ist so. Also das merkt ihr auch in den Verkaufszahlen der Käsesorten, im Fachhandel, im Supermarkt, in den Ständen. Merken wir überall, über die ganze Linie. Und das ist jetzt, also soll auch nicht der falsche Eindruck entstehen, als wenn wir jetzt hier kurz vor Exitus sind. Das finde ich auch wichtig, das zu sagen, weil so eine Gerüchte brauchen wir nicht. Das ist auch richtig, das nochmal klarzustellen. Das ist im Prinzip, ist es eine kaufmännische, vorausschauende Entscheidung, die dem Wohl des Gesamtbetriebes gütlich tun soll und meiner Gesundheit und meinem Glück auch. Das sind die beiden Säulen. Dann muss ich einmal den Markus Lanz machen. Ja. Thilo, das ist ein Herzensprojekt von dir gewesen, das du jetzt aufgibst. Ja, ist es. Was macht das mit dir? Das hat mich sehr traurig gemacht, muss ich sagen. Ja. Und das tut es auch nach wie vor, wenn ich so explizit gefragt werde, natürlich erst recht. Ja, das ist, ich fühle mich der Gastronomie schon immer verbunden. Seit Studentenzeit bin ich eigentlich irgendwo in der Gastronomie, ob es irgendwie die All-Inclusive-Kneipe war, wo ich irgendwie Cocktails rausgehauen habe. Aber es war immer mein Ding. Und bis zur Küche, bis zu hier, das selber zu betreiben. Gut, und am Ende bin ich ja einen sehr schönen Weg gegangen, so mit einem wirklich fantastischen Team, die jetzt auch alle noch da sind, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie das auch mit mir bis zum Ende durchziehen. Aber das ist auch nicht selbstverständlich, nach so einer Entscheidung zu sagen, wir gehen gemeinsam. Okay, dann lass mich da bitte rein. Was heißt bis zum Ende? Naja, bis zum Ende heißt bis zum 31.8., weil dann das Konzept so stark geändert wird, dass nicht alle Personen, die jetzt hier angestellt sind, weiter angestellt bleiben können. Das ist die nächste Frage. Wie wirkt sich das personell auf euch auf? Wie viele Menschen arbeiten derzeit rund um die Hofküche? Oh, das hatte ich gestern. 18 Leute haben einen Stempelchip. Da sind aber auch viele Aushilfen dabei. Ja, aber trotzdem, das ist ja ein riesiger Personalapparat, auch Kostenapparat, ganz klar. Aber wie viele von denen bleiben voraussichtlich oder brauchst du noch für die Weiterentwicklung? Es bleiben vielleicht acht, so ungefähr. Und können diese anderen zehn irgendwie auf dem Hof Backensholz irgendwie weiterarbeiten oder gehen die dann... Also wir versuchen natürlich, also das ist im Prinzip das Schwerste an der ganzen Entscheidung, ist für mich persönlich gewesen, dass, ja, also das Zwischenmenschliche, gerade zwischen mir und meinem Team, das so auf die, das dahin zu denken. Am Ende habe ich natürlich eine größere Verantwortung dem Gesamtbetrieb gegenüber und auch der Käserei und der Landwirtschaft gegenüber, als ich das eine Einzelperson... So, das muss ich dann als professioneller Kaufmann und Unternehmensführer einfach so sagen. Den Luxus auf jeden einzelnen... Auf jede einzelne Befindlichkeit zu gucken, kann ich mir leider nicht immer erlauben, auch wenn ich es sehr stark versuche. So, und wir schaffen den einen oder anderen in den Hof zu integrieren mit anderen Aufgaben, aber nicht alle. Es geht nicht. Die Azubis, die sind schon erfolgreich weitervermittelt. Das ist also die beiden aus dem Restaurant. Und die werden natürlich mit Croissant genommen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, einen Job zu finden in der Gastronomie ist zurzeit das Einfachste der Welt. Aber es ist natürlich eine Entscheidung, die ich getroffen habe und die nicht meine Angestellten getroffen haben. Das heißt, es ist eine fremdbestimmte Entscheidung. Und das ist natürlich ein bisschen gemein, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Gut, aber am Ende, es ist, wie es ist. Und für mich ist auch dieses Wort Weiterentwicklung wird immer greifbarer, weil es, sagen wir mal, nach dem emotionalen Abschied, so der es natürlich war, von einem Herzensprojekt, also à la carte, abends feine Küche. Das ist das, was ich sehr gerne mag. Das ist auch was persönlich, das treibt mich an. Ich liebe gutes Essen und ich mag es, irgendwo abends schick essen zu gehen. Das wollte ich gerne hier machen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt im Prinzip die Weiterentwicklung. Und jetzt gucke ich auch optimistisch nach vorne. Das zeichnet dich ja sowieso aus. Und ihr nehmt euch ja auch, glaube ich, im September, vielleicht auch im Oktober noch die Zeit, dieses Konzept weiterzuentwickeln. Wir werden zur gegebenen Zeit auch... Du hast die immer gekriegt, ne? Ich habe die über Umwege erhalten. Habe ich dich nicht direkt angeschrieben? Ne, das machst du auch nie. Nein, zur gegebenen Zeit werden wir da nochmal konkret auf die Dinge eingehen, die hier in der Hofküche weiterentwickelt werden. Du hast ja schon ein bisschen was angeteast, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde einmal gerne noch darauf eingehen. Zwei Themen, die natürlich Hofbackensholz bestimmen. Auch sicherlich monetär ist die Landwirtschaft und ist die Käserei. Okay, wir werfen die beiden nicht genug ab, um die Hofküche nicht noch ein paar Jahre mit durchzubringen. Bis es möglicherweise... Haben Sie ja schon die ersten vier. Ja, glaube ich. Glaube ich gerne. Also es ist ja im Prinzip... Selbstverständlich habe ich das einkalkuliert von vornherein, weil eine Gastronomie hier auf dem Land so zu betreiben, wie ich es gerne oder wie man es machen muss, damit sie erfolgreich ist, bedarf gewisser Mittel. Die sind in dem Businessplan vorhanden gewesen. Die wurden schneller ausgeschöpft, als ich es dachte. Gerade in den ersten Corona-Jahren, weil das einfach... Und dann haben wir recht wenig Hilfen gekriegt, weil wir als Verbundunternehmen... Im Prinzip die Käserei hatte zu viel Umsatz oder zu wenig Umsatzeinbußen, dass wir überhaupt Hilfen kriegen konnten. Das kam erschwerend dazu. Im Prinzip war das schon so gedacht. Im Prinzip so wie das Hotel sich ein gutes Restaurant leistet. Oft ist es so, dass die Betten verdienen das Geld und das Restaurant zieht die Leute in die Betten. So ist es hier ja auch gedacht, dass die Käserei über ihre wirtschaftliche Situation das natürlich darstellen kann, sich ein Restaurant aufzubauen. Aber jetzt müssen wir sehen, was die Käserei hat natürlich auch... Oder die Bio-Branche, würde ich sagen, hat es momentan einfach sehr, sehr schwer und gewisse Artikel in einer gewissen Preiskategorie, da gehört unser Käse dazu. Und wir haben das Corona-Jahr, so wie viele andere Kollegen, ziemlich erfolgreich abschließen können. Letztes Jahr war eine Vollbremsung. Und dann ist dieses Jahr auch schon wieder so ein bisschen, wo man denkt, ja, geht alles wieder in die richtige Richtung, aber es ist lange nicht irgendwo, wo es mal war. Und dann einen Betrieb zu unterhalten, der darauf angewiesen ist, also dass der andere richtig performt, das Risiko wird irgendwann zu groß. Und bevor es unangenehm wird, ist es dann meine Aufgabe, wirklich zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben es versucht, auf eine sehr gute Art und Weise. Und am Ende ist dann irgendwo auch der Schlussstrich. Und das ist ja das eine. Und wenn man dann noch, wenn ich dann auf mich persönlich gucke und sehe, dass ich teilweise auch nicht so gut drauf war, wie ich es gerne wäre oder gewollt hätte, so, das sind ja auch so Effekte, die so ein Betrieb hier und da, das weiß mit sich jeder. Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen, was hätte man anders machen können. Ich? Nein, generell die Hofküche, aber nicht auf dich als Person bezogen. Guck mal, ich bin sehr kritikfähig, das merkt man, ne? Ich, ich, ich mache nichts falsch. Ja, ne, nein. Wenn Marketingaktivitäten, würde ich so mal einschätzen, habt ihr reichlich getan. Geht bestimmt immer mehr, möchte ich aber gar nicht. Ihr seid bei diesen Küchenpartys anwesend gewesen. Ihr macht ganz viel mit Feinheimisch. Ihr seid auf der Nordgastro gewesen. Ihr seid auf Messen. Häufig, ihr habt einen Podcast dafür, unter anderem dafür etabliert. Ihr macht viel. Social Media, Events, hatte ich ja eben angesprochen. 40, 50 Leute werden hier eingeladen, sondern alle, was in die Story posten, wurden eingeladen. Videobegleitung. War es zu wenig Marketing? Was waren Fehler, die ihr jetzt, wo du jetzt schon sagen kannst, Jo, die haben wir gemacht. Die sind ärgerlich. Die können wir jetzt aber auch anderen Gastronomen da auf den Weg geben. Oder, Thilo, anders, was haben dir die Experten gesagt? Was du nicht machen sollst, was du trotzdem gemacht hast. Oder ist das nur der Standort? Also der Standort ist mit Sicherheit ein schöner Faktor. Ja, was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, wir haben hier ein Restaurant geschaffen, was unsere Familie sehr schön findet. Also was wir privat als Familie Metzger-Petersen sehr, sehr schön finden. Und haben uns zu wenig in den Gast hineinversetzt, der tatsächlich kommt und auf den wir Zugriff haben. Das ist, glaube ich, also wir sind, ich bin persönlich davon ausgegangen, jeder mag Essen genauso gerne wie ich. Und jeder ist bereit, am Abend 60 Euro, 70 Euro auszugeben. Das stimmt halt leider nicht. Bereit sind es viele wahrscheinlich, aber sie können es nicht. Ja, genau. Das soll auch nicht irgendwie Nobel-Schröder-mäßig klingen. Ich gebe einfach sehr gerne für Essen Geld aus. Das ist mein Ding. Und guck mal, ich habe sogar Löcher in der Hose. Ja, irgendwo muss man ja einsparen. Irgendwo muss man einsparen. Das war mit Sicherheit einer der größten Fehler. Das wurde mir auch schon vorher gesagt. Okay, ja, kann man machen hier mit einem Fünfgang-Menü um die Ecke kommen. Ist aber sehr schwer zu etablieren. Natürlich ist es viel einfacher, eine nahbarere Küche zu gestalten, die in der Regel auch nicht so personalintensiv ist zum Beispiel. Aber die Menschen verstehen, um darüber mehr Frequenz zu kriegen. Das habe ich, denke ich, falsch gemacht. Aber ich wollte es auch falsch machen. Ich hatte einfach keinen Bock auf eine Schnitzelbude. Ja, das hast du ja mehrfach betont. Das spielt ja ein gewisser Stolz auch mit. Ja, genau. Und das habe ich auch falsch gemacht. Natürlich habe ich da nicht den klassischen Unternehmer gemacht, sondern ich habe da wirklich rein auf mein Herz gehört und gesagt, so ein Restaurant möchte ich gerne betreiben. Das ist aber auch schön eigentlich. Das ist total schön. Und das war ja auch, wir haben auch sehr viele schöne Momente hier gehabt. Und es gibt, wir haben ja viele, auch am Ende viele Stammkunden gehabt, die hier gerne hingekommen sind und die das sehr, sehr schätzen, wie wir immer noch kochen. So, aber am Ende, wenn man nach vier Jahren immer noch irgendwie, wenn dann vom Bistro gesprochen wird und von so und so, dann weiß ich auch irgendwie, haben wir es dann auch nicht geschafft, die Leute wirklich davon zu überzeugen, dass wir hier eine schöne Restaurantküche machen. Wenn dann vom Café, Bistro, sonst wie so. Und ich will mich da gar nicht angegriffen fühlen, auch wenn ich es tue. Aber so, das muss ich ja eher auf mich münzen und zu sagen, was haben wir denn falsch gemacht? Wie sind wir denn falsch an die Leute herangetreten? Und ich denke dann aber auch, viele brauchen auch so eine Art der Gastronomie vielleicht gar nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, also... Welche Leute kamen her, Thilo? Waren das Touristen? Waren das Einheimische? Waren das welche aus der Stadt? Also Flensburg, Husum, Schleswig möglicherweise, Umland? Wen konnte man denn hier eigentlich... Das ist schwer zu sagen, würde ich sagen. Natürlich, die Touristen, die kommen, das ist aber nur ein halbes Jahr. Und die schätzen das sehr, gerade wenn sie aus dem urbanen Raum kommen, weil die Hofküche würde ich eher als urbanes Restaurant einstufen. Absolut. Mit dem ganzen Swag-Meyer-mäßig. Und die Leute aus der Umgebung, die Locals, sind natürlich auch gekommen, da aber eher so, ach, das ist ein Geheimtipp und dann kann man gut essen. Und das ist halt nicht geschafft, wirklich die Umliegenden abzuholen für ein Stammrestaurant. Dafür war es dann vielleicht auch, war die Barriere so vom kulinarischen Anspruch vielleicht auch ein bisschen zu hoch, weil ich das daran gemessen habe. Und ich habe die ersten Jahre nur auf Teller geguckt. Ich habe immer nur gesagt, das ist die Qualität, wir wollen bessere Teller. Ich habe aber vergessen, aufs Erlebnis zu gucken. Und habe halt nicht gesagt, okay, wie sieht das Interieur aus? Das Interieur ganz am Anfang, das war wie eine Bahnhofshalle. Also das wissen die ersten Kunden. Sehr, sehr urban. Und das war sehr reduziert, sehr Kopenhagen-Style, aber das war überhaupt nicht gemütlich. Dafür waren die Teller geil. Und ich dachte, das reicht, weil mir persönlich reicht das. Und das habe ich aber falsch gemacht. Das ist mit sich eine ganz große Lernkurve, die ich daraus ziehe und vor allem auch für das zukünftige Projekt natürlich auch mit einbringen kann. Wir werden jetzt nicht mehr die krassen Fünfgang-Menüs hier machen, vielleicht mal als Event, wenn wir da eine Lust drauf haben. Aber grundsätzlich habe ich natürlich auch verstanden, dass der Bedarf nach einer Schäumchenküche, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch wenn wir das, das wird uns überhaupt nicht gerecht, aber das ist jetzt sehr plakativ gedacht, nicht so groß ist, wie ich es dachte, sondern eher nach einer gemütlichen, guten Küche, nach so ein bisschen Family-Style-Küche. Ich glaube, dass der Bedarf durchaus, dass der viel größer ist in der schönen Umgebung. Und für mich bedeutet eigentlich diese Umwandlung jetzt, dass ich einen Standortnachteil, einen Standortvorteil umbaue. So, und das ist dann auch eher so, das kauft mir eine strategische dahinter. Was kann man hier gut so, also was, so a la carte nicht, weil wir keine Laufkundschaft haben, feiern, bis der Arzt kommt, kann man hier gut. Und man kann hier gut einfach hinkommen. Da bringst du ja auch einen Erfahrungsschatz mit. Natürlich wesentlich mehr Expertise. Expertise sogar. Sollen wir mal einen haben eigentlich? Oder? Ich glaube, es wird Zeit, das beruhigt auch deine Nerven. Vielleicht schenkst du mal einen. Ich schüttel mal einen. Genau, schüttel mal einen. Das hat sich übrigens schon etabliert, da werde ich oft mit aufgezogen. Ich habe dir heute mal einen schönen Limoncello mitgebracht. Das ist Niko. Der musste mit den Zähnen ran, das ist so die Piratenflasche. Der will nicht so richtig. Übrigens, ganz aufmerksam haben dein Bruder gerade die Treppe hochstampfen. Er ist wach. Genau, dieses Quietschen im Hintergrund, das war Jasper. Ja, du hast einen Limoncello mit dabei. Wir haben auch Oliven. Die gegrillte Oliven. Aus dem Glas. Selbstverständlich im Hofladen, wenn er aus dem Glas kriegt. Und dann haben wir ein bisschen Käse. Da hat Tore gerade eben in der Vorbereitung schon ordentlich weggehauen. Ich frühstücke ja nicht, wenn ich hierher komme. Nee, ich frühstücke generell nicht. Jasper, dafür doppelt so viel. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wenn er schon nicht hier ist, dann müssen wir eben. Also, vielen Dank einmal für die Offenheit. Sehr gerne. Auch für die Kritikfähigkeit. Spricht man dir ja nicht direkt zu? Nee, aber ich habe mich entwickelt über die Jahre. Und ich bin ganz gespannt, das soll jetzt noch nicht das Ende der Episode sein, aber mal so auf die Weiterentwicklung der Hofküche. Ja, genau. Ja, nee, genau, auf die Hofküche. Ja, die ja weitergeht. Ja. Ja, lecker. Oder? 10 Uhr, geht. Hat auch nur 25 Prozent. Guck mal, dann geht das ja. Finde ich auch. Ist ein feiner Schluck. Ist es. So, die Vorteile des Standortes. Einmal noch zum Standort abschließen. Es wäre ja aber auch keine Option gewesen, mit der Hofküche nach Husum zu fahren. Oder zu gehen, die da aufzubauen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen Standort. Also, ich meine, entweder sagst du, jo, ich mache es hier oder gar nicht. Ja. Das war sicherlich die. Und hinten geht Jasper jetzt auch schon wieder. Komm, dann haben wir noch eine Zeit. Ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Konzept ökologisch zu 100 Prozent, eigene Wasserrecyclinganlage, wenig Plastik, eigener Käse, eigenes Fleisch, eigenes Gemüse, eigenes Gewächshaus, was weiß ich, eigene Humusproduktion. Das ist ja schon mal ein Brett. Das sollst du erst mal finden. Ja. Dass es den Zeitgeist zu 100 Prozent trifft. So, das ist mir völlig klar. Aber es trifft nicht den Zeitgeist unserer Region. So, das ist leider auch so. Und das ist auch nicht irgendwie, das ist keine Kritik an die Region. Das ist aber nur meine Erfahrung der letzten Jahre. Hätten wir dieses, oder es gibt Restaurants wie unsere, die stehen direkt vor Großstädten. Die laufen wie Sau. Weil wir da dann natürlich einen größeren Einzugsgebiet haben und da eine interessierte Käuferschaft ist, die genau diese Nische wollen. Und man muss eher wirklich kritisieren, dass die Biogastronomie deutschlandweit sehr stark vernachlässigt wurde. Die Gastronomie sowieso hat es in den letzten Jahren sehr schwer gehabt. Und dass wir mit einem Öko-Konzept, was ich bin der Meinung, eigentlich politisch gewollt ist, was sowieso gewollt ist, mehr oder weniger vor die Wand fahren, weil es den Menschen gar nicht klar ist, dass sie es brauchen, weil es einfach nirgendwo überhaupt eine Lobby dafür gibt. Wir waren das erste Bioland-Gold-Restaurant in Schleswig-Holstein vor vier Jahren. Mittlerweile gibt es da auch nicht viele weitere. Es gibt drei mit uns. Also es gibt in Uetersen und jetzt in Flensburg gibt es neuerdings ein Camping. Vor lange zwei, jetzt gibt es drei. Von den 5000 Restaurants in Schleswig-Holstein ist total lächerlich. Und es gibt die Gutsküche in Wilksfelde, die haben aber nicht den gleichen hohen Standard wie wir. Die machen aber ein ähnliches Konzept, sind vor den Toren Hamburgs. Aber ich wollte gerne Gastronomie da stattfinden lassen, wo das Lebensmittel produziert wird und darüber Geschichten erzählen. Aber das ist auch so, in der Theorie und gedanklich ist es perfekt. Genau. Es scheitert dann aber an der Realität. Ja. Das muss man leider so sagen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist dann auch... Wir hatten... Entschuldigung. Wir hatten vorab, bevor die Kamera anging, kurz das Thema Politik. Ist das nicht einfach so ein grünes Gedankengut? Das muss doch klappen. Da sind doch alle so wie wir. Aber Realität ist denn doch anders? Genau, du wolltest mir ein paar Hinweise geben auf deine Lieblingspartei, ne? Ich trage schwarz. Die Grünen sind es nicht. Ich trage auch kein Grün. Aber ich habe ein grünes Herz auf jeden Fall. Ist auch... Und das sollte, denke ich, jeder ein Teil auch betragen. Das ist, glaube ich, zu plakativ. Ist es auch. Weiß ich. Natürlich wird den Grünen ein gewisser blinder Idealismus manchmal nachgesagt. Ich finde, der macht die Welt schöner, als alles immer nur durch die schwarze, realistische Brille zu sehen. Ja. Und dann durch die wirtschaftliche Gelbe. So, da kann man noch einmal ein bisschen träumen und sagen, machen wir einfach mal. Ist auch absolut richtig und wichtig. Keine Frage. Ich bin ja ein Freund von Koalitionen. Absolut. Um Best of Both. Ich war eigentlich ein sehr großer Freund unserer Ampel-Koalition, als sie sich gegründet hat, weil ich dachte, die Ressorts, wie sie vergeben wurden, klasse. Dachten die auch. Genau, dachten sie auch. Auch da die Realität sieht leider anders aus. Auch wenn die auch keinen einfachen Stand haben, mit den ganzen Herausforderungen. Genau. Ist es, ja, Punkt. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal über die Standort-Vorteile sprechen. Feiern bis zum Arzt kommt, kann man hier. Ja, also darauf möchte ich es bitte auch nicht reduzieren. Nein, es wird ja keine zweite Nachtschicht hier. Sondern ihr bietet hier, wenn ich es richtig verstanden habe, unter anderem. Also es gibt vielleicht mal eine Red Fire Week oder so. Unbedingt. Kennst du noch, ne? Hallo. 99 Cent, Red Fire, Freitagabend. Das war das Prosecco, Grenadine und Energy. Und viel Eis. Ja. Ja, und viel Eis. Auf jeden Fall. Und viel Kopfschmerzen. Richtig, aber nicht nur wegen des Red Fires. Ich war auch großer Freund vom Bananenwalzen in der Nachtschicht. Ah ja. Großartig. Black Wodka. Das waren schöne Zeiten. Aber es soll hier keine zweite Nachtschicht werden. Nein, es soll keine zweite Nachtschicht werden. Man kann hier diese Location in Anspruch nehmen für Firmen-Events, für Feiern, für Veranstaltungen, ohne großartig Rücksicht nehmen zu müssen auf Anlieger. Beispielsweise ein Geschäftskollege von dir, Alex Müller aus Husum, der auch schon viele, viele Ideen hatte. In Husum, an der Roten Vorte, was aufzubauen. Aber er muss dann um 22 oder 23 Uhr aufhören, weil Oma von nebenan sagt, das ist aber ein bisschen laut. Genau. Und sowas geht hier natürlich. Ich muss dazu sagen, dass das neue Konzept in seiner Gänze noch nicht steht. Nein, nein. Ich hatte dir gerade eben gesagt, das ist ein bisschen wie so ein Puzzle, was ich jetzt irgendwie auseinandergebaut habe oder einmal zerstört habe, wie so ein kleines, wütendes Kind. So ein bisschen fühle ich mich auch so. Muss ich natürlich dazu sagen, bei aller äußerlichen Ruhe ist es schon, ist es schon, ist da viel jetzt erstmal in Bewegung und ich baue jetzt den Rand gerade so, den habe ich vielleicht aufgebaut von so einem 1000-Teile-Puzzle. Das Innenleben muss sich aber neu sortieren. Und es ist noch nicht ganz klar, wann wir mit dieser Mittagsküche anfangen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir das erst nächstes Jahr zum Auftakt der Saison machen. Dann werden wir den Hofladen ein bisschen umgestalten. Wir werden mehr auf Eingewecktes, Eingekochtes gehen. Das werden wir auch über unseren Online-Shop dann vermehrt verkaufen. Wirklich eine neue Digitalstrategie für den Gesamthof. Wollen wir entwerfen, wo dann im Prinzip die Hofküche eine ganz zentrale Aufgabe kriegt und der Hofladen als Flagship-Store für unseren Online-Shop im Prinzip fungieren soll. Das ist so die Idee dahinter, die ortsunabhängig und dem Zeitgeist entsprechend, glaube ich, sehr gut funktionieren kann. So und für die Hofküche selber. Man kann hier halt was erleben und das ist das Schöne. Man kann hier hinfahren und sagen, Mensch, ich kann mir den Hof angucken, ich kann eine Hofführung machen, ich kann mir Tiere angucken, ich kann hier vom Hof auf den Teller und ich kann das entweder für meinen 60. Geburtstag hier machen oder ich kann hier zu einer Weinverkostung kommen, die wir anbieten oder einen Sommergrill mit der Firma machen und muss eben auf keinen Rücksicht nehmen. Und ich glaube, für so ein Event, und das merken wir jetzt ja auch, auch im bestehenden Betrieb, ist es so, dass wir da viel Zuspruch haben, seien es die Käseabende oder Hofführungen oder solche Geschichten. Und das ist einfach sehr gut planbar. Und mir hat zum Beispiel Hans vom Hotel zur Träne, Schwabstedt, Hans, ich hoffe, du erlaubst, dass ich dich einmal zitiere, aber ich habe ihn angerufen, kurz nach der Entscheidung, als sie gefallen ist und er sagt, weißt du was, Thilo, herzlichen Glückwunsch. Und fand ich super schön, das so zu hören, weil natürlich viele sagen, oh Mensch, geht es dir gut und so und das finde ich auch toll, die Anteilnahme. Aber er sagte, mach es doch, ist doch toll, du weißt dann in Zukunft einfach, was du hast. Und ich finde, auch da muss man, auch den Gastronomen, alle, die jetzt am Markt sind, die haben es gerade alle nicht einfach, auch mal eine Lanze für brechen. Am Ende sind, neue Konzepte werden kommen, überall. Und ich finde, wir kriegen einfach ein Geschäftsmodell, was für uns planbar ist, was für das Personal, für die Leute, die es betreiben, für mich auch. Eine Planbarkeit hat, ich weiß, wann ich frei habe, ich weiß, wann ich Familienzeit habe, ich weiß, wann ich mich um die Käserei kümmern kann und habe eben nicht jeden Tag Arbeit. Und trotzdem kann man das erfolgreich führen. Und das ist dann auch irgendwo eine Work-Life-Balance, die man sich als Unternehmer immer ein bisschen schwerer gönnt, denke ich. Aber auf jeden Fall gönnen, auch gönnen sollte. Und das muss dieses... Deshalb ist man ja auch Unternehmer geworden eigentlich. Ja, genau. Und das vergisst man dann manchmal. Also es hat ganz große Vorteile, wenn alles super läuft. Dann kann man sich... Dann hat man viele Freiräume. Wenn man natürlich Herausforderungen zu meistern hat, ist man natürlich auch sehr schnell sehr viel drin. Deswegen ist man auch Unternehmer geworden, weil einem das Spaß macht. Das tut es mir auch. Ich bin gerne in der Position. Ich bin gerne kreativ und entscheide sehr, sehr gerne. Und zwar nicht so eine Entscheidung, aber am Ende wird es ganz, ganz schön werden. Da bin ich mir sicher. Und wir haben jetzt in letzter Zeit schon ein paar Feiern hier gehabt. Und die Feiern war ich auch anwesend. Ach. Also auf der Hinterm-Tresen-Tore. Okay. Und mit dem Wissen zu wissen, okay, da geht es hin, habe ich ganz viel Hoffnung gesehen. Und habe ganz viel Potenzial gesehen. Einfach auch mit dem Läuterungsprozess, den ich jetzt vier Jahre durchlebt habe. Und sehe also ganz, ganz positiv in die Zukunft. Ich meine, man hört es aber auch, Thilo, fast überall. Landgasthöfe, Sterben, Möglichkeiten, Feiern durchzuführen, gibt es kaum noch. Kann man eine Hand abzählen. Ja. Also ich sehe auch Hoffnung. Ja. Und Potenzial vor allem. Genau. Also ich bitte unsere Kunden um ein bisschen Geduld mit uns. Das zum einen. Und dass wir ein bisschen Zeit brauchen, um dieses Konzept wirklich zu Ende zu denken. Ich habe keine Lust auf einen Schnellschuss. Ich will, wenn, dann auch wirklich was Gutes abliefern. Ich würde mich freuen, wenn alle uns und dem Team zuliebe uns jetzt nochmal besuchen kommen. Bis Ende August und unsere Abendkarte wirklich nochmal genießen und rauf und runter essen. Und das wirklich mit uns nochmal ganz schön zu Ende bringen. Am 31. machen wir eine interne Veranstaltung. Da werden wir uns nochmal selber feiern. Da ist also zu. Also der 30. ist der letzte Tag. Da wird es wahrscheinlich auch eine... Vielleicht, wir haben überlegt, einen Bürgertag zu machen. Weil wir haben mit Burger angefangen, mit Burger aufhören. Geil. So, dann aber in Social Media. Das melden wir uns dann. Also im Prinzip die Woche davor ist die letzte Woche. So richtig für auf die Kacke hauen, Fünfgangmenü von Daryl Sommelier mäßig. Alles, Weinreise. Also wenn man auch richtig Bock hat, auf die Kacke zu hauen bei uns. Bis Ende August geht das. Das würde mich natürlich sehr freuen. Sag mal, wenn der Credit nochmal rüberkommt. Und ansonsten wird es eine schöne Zukunft. Und bedanke mich bei meinem Team. So vor allen Dingen, also jetzt hier. Aber das habe ich so natürlich auch gemacht. Werde ich anders auch nochmal machen. Aber das ist eigentlich das Schönste, was ich mitnehme aus dieser Zeit. So ein Gastro-Team auf dem Hof gehabt zu haben. Weil das ist ein ganz besonderer Zusammenhalt in der Gastronomie. Das weiß jeder, der da, glaube ich mal, gearbeitet hat. Gibt es in anderen Berufsgruppen ganz mit Sicherheit auch. Aber es ist so dieses Gemeinsamen zu diesen späten Stunden. Und dann trotzdem so Produkt fokussiert. So Qualität und so. Das macht irgendwie was mit einem. Und das Feierabendbier und die Zigarette danach, das ist immer nach so einem gebrauchten, aber schönen Tag, ist das einfach das Schönste. Und das ist auch das, was ich sehr, sehr vermissen werde. Mehr kann jetzt nicht kommen. Ja. Ein schönes Schlussstatement von dir. Vielen Dank, lieber Thilo, für diese Offenheit. Sehr gerne. Und auch für diesen positiven Ausblick nochmal. Trotz dieser schwierigen Zeit. Dein Optimismus wirklich in aller Ehren. Und ich drücke die Daumen, bin ganz gespannt, was aus der Hofküche noch wird. Einiges. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem intensiven, doch, Gespräch. Und macht das gut. Die nächste Folge wird uns dann wieder dein Bruder auch beehren. Ja. Mit wertvollen Inhalten. Und da freue ich mich drauf. Vielleicht noch ein Learning zum Ende. Wir sehen, der eine Käse hat viel Besuch. Ist das gut für einen Käse? Nee, natürlich nicht. Nee, okay. Das kannst du dir auch denken. Du, ich weiß nicht. Merkst du, ich habe gar keinen. Nee, aber ich habe da gar nicht in die Kamera gesprochen. Nee, fliegen wollen wir nicht auf dem Käse. Aber wir sind ja am Bauernhof. Sind wir. So ist das. Wir sind ja vor Ort. Ich freue mich trotzdem drauf. Ja. Denn der Hunger treibt es rein. Nee, das darfst du auch nicht sein. Ja, wir lassen den stehen bis zur nächsten Folge. Stellen ihn ins Kühlhausholing gleich wieder. Ja. Ja. Super. Vielen Dank, Thilo. Gleichfalls. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. 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 Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.